Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Krypto, meine Lieben, und zu einem ganz knackigen Video bezüglich Kryptos kaufen mit PayPal. Die Bemöglichkeit besteht nämlich jetzt bei Bitpanda. Ihr wisst es ja, Bitpanda bin ich schon sehr lange dabei, österreichische Firma, österreichische GmbH, haben auch riesige Investoren eigentlich an Land gezogen, weltweit, und exportieren auch ohne Ende. Ich habe heute Meldung bekommen über E-Mail und in der App, hey, man kann jetzt Kryptos bzw. Einzahlungen tätigen, komplett ohne Gebühren und das alles über PayPal. Also man kann hier, ich zeige es auch gleich in Screen Monitoring, wenn es funktioniert, will ich auch gleich einen kleinen Betrag einzahlen, dass ihr das auch seht. Aber ist natürlich sehr, sehr, sehr genial, weil, und da kommt jetzt wieder ein Hintergrund, was ich mega finde, gerade wenn man größer investieren möchte. Für die Leute, die Amex, also die American Express Kreditkarten haben, das ist nämlich so unglaublich geil, man kann ja da diese Punkte sammeln, also diese Punkte, die man dann einlösen kann, gegen Business Gasflüge oder was auch immer, Hotels und Sachen von der Kreditkarte bezahlen. Und man konnte ja bisher noch nicht Zahlungen oder Kryptos kaufen mit einer American Express irgendwo. Jede Debitkarte war möglich, aber American Express wurde hier nicht akzeptiert. Und das wird jetzt, so viel ich dann weiß, weil meiner ist ja hinterlegt auf meinem PayPal-Account, dass ich dann über die American Express, über PayPal eigentlich meine Kryptowährungen kaufen kann. Also allgemein finde ich sehr, sehr gut, weil sie eben auch keine Gebühren dafür verlangen. Ja, weil je höher der Betrag, umso höher werden auch die Gebühren, wenn man ja einzahlen möchte. Ja, ich habe das gerade am Smartphone geschaut. Und das ist dann, wenn man jetzt für 2000 Euro, glaube ich, kauft, wenn ich mir jetzt nicht täusche, sind schon 30 Euro Gebühren im Normalfall. PayPal ist es komplett kostenlos. Schauen wir uns das ganz kurz am Screen-Monitoring an. Ich sehe gerade, das ist etwas klein hier. Das muss ich, ähm, nicht das hier, sorry. Sorry, meine Lieben. Genau. Dann, jetzt haben wir das so. Jetzt passt das. Genau, jetzt seht ihr das. Ich bin hier bereits eingeloggt, ja. Und wenn man eingeloggt ist, ist es eigentlich super simpel. Man geht hier nur auf Einzahlen, sagt, ich möchte hier gerne Fiat-Währung einzahlen. Ich gehe jetzt hier auf Euro. Und dann hat man jetzt schon diese Möglichkeit, man sieht ja eben sofort, also Banküberweisung, ja, das ist halt innerhalb von der EU. Dann hat man sofort die Überweisung 1,8%. Ähm, da hier nochmal mit Mastercard, das ist sofort drinnen, ist 1,8%. Das ist natürlich schon eine Menge. Wenn man jetzt rechnet, okay, man möchte sich vielleicht, keine Ahnung, 10.000 Euro einzahlen, ja, dann muss man 1,8% natürlich an Gebühren zahlen. Ist das leider nicht wenig. Und kann man natürlich eher besser mehr Kryptowährungen darüber kaufen. Und da ist jetzt eben so, dass sie das gerade eingeführt haben, kostenlose kaufen oder ohne Gebühren. Über PayPal, ich werde da jetzt mal reingehen, ja. Dann sagen die eh schon, wie viel man einzahlen kann. Okay, in dem Fall wären es 2.500 jetzt Maximum. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal einen Test, weil hier steht 10 Euro, was wir wollen und gehen wir mal zur Zusammenfassung. Ich kann nicht sagen, ob ich es jetzt wirklich gleich machen kann, ja. Aus dem Grund, dass ich gerade in Dubai bin und keine SMS empfange. Und ich weiß nämlich nicht, ob nicht PayPal eine Bestätigung möchte für mein Login. Schauen wir uns aber gleich an. Sollte es nicht so sein, ist aber auch kein Problem. Genau. Was auch dabei wichtig ist, ein Bitpanda-Konto muss mit derselben E-Mail- und PayPal-Adresse verknüpft sein. Andernfalls wird deine Zahlung abgelehnt. Okay, das ist natürlich schlecht, weil, das ist gut zu wissen, ich kann den Kauf jetzt doch nicht tätigen, weil meine Bitpanda-E-Mail und meine PayPal-Konto-E-Mail sind verschieden. Ich dachte mir, hier geht es wirklich nur, weil das wollte ich sagen, PayPal-Konto muss auf meinen Namen laufen, das ist ganz normal, ja, ist eh klar. Und auch, dass ich eben nur ich das einzähle und für niemanden anderen mache. Dann haben wir hier jetzt ein Problem, das heißt, das kann ich jetzt nicht machen. Ich müsste vorher mein PayPal-Konto oder mein Bitpanda-Konto die E-Mail wechseln, damit beides das gleiche ist. Auf jeden Fall, so wäre jetzt der Abschluss, ich hätte es euch gerne gezeigt, was das angeht. Prozess schließen, ja, liebes Bitpanda, es tut mir leid, beziehungsweise schade, dass ich es jetzt nicht live zeigen konnte. Aber, als Info für euch, ihr wisst es dann auch, also wenn ihr kaufen wollt, Bitpanda-Konto plus PayPal-Konto müssen gleich sein. Für alle, die noch nicht bei Bitpanda sind, schaut den Link in der Videobeschreibung. Ich glaube, da bekommen wir beide, wenn du dich anmeldest und einen Kauf tätigst, jeweils 5 Euro, 10 Euro, 15 Euro, 20 Euro, ich weiß es auch nicht. Kommt auf den Einzahlungsbetrag an, das ist einmalig. Bevor man es Bitpanda checkt, ist doch genialer, dass beide was davon haben. Genau, sonst wäre es das eigentlich eh. Ich finde diese Use-Case jetzt von Bitpanda sehr, sehr genial, weil gerade ich das über die American Express gerne kaufen möchte. Und das mehrmals natürlich, weil da habe ich meine Meilen, beziehungsweise meine Punkte, die ich sammle, die ich dann einlösen kann. Vielen Dank fürs Zusehen, Like und Teilen und eh das vergessen. Ciao, ciao.